Ich esse von meiner Pizza meist nur den Billard. Wer braucht da schon den fluffigen Teig? Soll ich jetzt ne Steinhofen Salami oder ne Wichse die Boste nehmen? Oder doch lieber ne Bella Napoli? Ich mach einfach alle, hab eh Hunger. Pizza Frisbee! 10 von 10 Wurf. Uuuuuh. 7.30 Uhr. Jetzt hab ich Bock auf ne Pizza. Mhh, Pizza aus original italienischem Pizzateig. Richtig. Hi, ich heiße übrigens wie ihr Wagner. Heißt das, ich krieg auf die jetzt Rabatt?